Ja, liebe Zuschauer, ein ereignisreicher Sonntag geht zu Ende, auch hier bei uns im ersten Programm des DDR-Fernsehens. Ich hoffe, wir haben Sie gut unterhalten, genügend informiert und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Sie noch einen Augenblick Zeit für uns haben, dann werfen Sie noch einen Blick auf unser Programm vom heutigen Montag, 9.10 Uhr geht's los. Meine Kollegin Fanny Damaschke wird Sie durch den Vormittag begleiten. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, schlafen Sie gut und kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik